Wir laufen. Ich bin in irgendeine Falle gerannt, die für Jochen gedacht war. Es tut mir leid. Aber wahrscheinlich nicht deine eigene, oder? Nein. Jochen hat irgendwie noch aufgenommen. Aber was hast du denn da für eine Falle gebaut? Ich bin ja nicht mal gestorben. Leise. Ach, meinst du, Jochen kriegt das nicht mit? Nein, er hat nicht hingekommt. Jochen. Jochen, mach doch mal die Kiste auf. Wo steht für Jochen? Hier, da, wo steht Geschenke für Jochen? Okay, ich mach sie mal auf. Toll, da ist ja gar nichts drin. Danke, ist das deine Kiste, Georg? Nein. Also die du? Das war deine alte, die du letzte Woche gelernt hast. Ah! Das mach ich doch nur, damit ihr Spaß habt, Leute, in diese Falle laufen. Ja, wissen wir. Wie komm ich denn jetzt hier? Aber wieso hast du denn eine nicht-tödliche Falle gebaut? Weil, äh, ich wollte einfach, dass ihr da gefangen seid. Äh, ich hätte ja nicht, also du kannst dich da rauskramen, aber ich glaube, äh, obwohl... Du kennst doch Jochen, Jochen haut doch alles mit seinem Diamantschwert kaputt. Das ist ja vor allem gar nicht mein Diamantschwert, um ehrlich zu sein. Ja, aber es ist ja dir geschenkt worden, also es ist ja schon dein Diamantschwert. Ja, das stimmt. Übrigens, Conny ist ja heute nicht dabei, der kommt dann wieder später, ne, in dieser Folge. In dieser Folge? Kommt er nicht später, oder? Nee, er kommt später irgendwann mal wieder. Also in dieser Folge ist er jedenfalls nicht da. Und das Neue an dieser Folge ist, dass ich jetzt auch parallel aus meiner Sicht aufzeichne und dass man dann im YouTube-Channel praktisch wählen kann, aus welcher Sicht man gerne das sehen möchte. Toll, ne? Ähm, super. Was ich ja noch, äh, noch vorschlagen wollte, ist, wollen wir nicht demnächst mal irgendwann streamen? Das ist halt so gemein, wenn ich das jetzt in einer Live-Folge mache, weil jetzt jeder, der das Video schaut und gerne Streams schaut, schreiben wird, ja, bitte macht das. Und ihr jetzt schlecht antworten könnt, nee, kein Bock. Ich wäre dafür. Oh, Jochen hat wieder was gefunden. Ist hier irgendwas Tolles drin? Ich brauche mal wieder ein neues Diamantschwert. Meins ist gleich kaputt. Ey, hier ist Müll dran und resten. Und, 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 ähm, es haben ja ganz viele sich, naja, nicht beschwert, aber die haben zumindest gesagt, ey, das ist total gemein, das Piratenschiff aus der letzten Folge, das war so schön. Und die Achterbahn, da gibt's Leute, die bauen euer Zeug extra, damit ihr Spaß habt. Und die Achterbahn hätte Sascha gebaut. Ach so. Dann hat er vielleicht auch was geschrieben. So, und wir haben wieder die Leute reingelassen, also die können wieder ihre Sachen, ne? So war das doch, Georg, hab ich das auf den Punkt gemacht? Ja, ja, ich hab die zumindest auf die Whitelist gesetzt, aber als wir experimentiert haben mit der Whitelist, konnten manche Spieler trotzdem nicht instant drauf, obwohl sie hätten drauf kommen sollen. Also ich hoffe mal, das hat sich jetzt irgendwie... Ähm, ja, es können aber nicht, nicht alle drauf, weil es fangen ja irgendwie, es sind auch die, äh, auch drauf, die halt wirklich, ähm... Mal die Erlaubnis bekommen haben. Genau. Ähm, weil es ist ja so auf den Zauber passend. Was zur Hölle ist hier passiert? Ja, gut, dann komm ich dazu jetzt mal. Was hast du hier gemacht? Ey, was soll's denn der Scheiß? Das ist das Super Games-TV-Logo da hinten. Ja. Das ist ja total schön. Erklär mal, Sascha. Sag mal, das letzte Mal hab ich hier ausgelockt. Ich geh mal aufs Klo so lange. Da war da noch ne Wüste. Und dann hast du gesagt, kann ich mich auch einloggen und ein paar, paar Sachen bauen? Und dann hab ich gesagt, mach doch. Ja, ich, ich hab mal gefragt, ob ich begradigen kann und ne Mauer bauen kann. Ja, begradigen und ne Mauer bauen, aber nicht, nicht hier ne Flächenebnung wie Holland zu machen und die Berliner Mauer hochzuziehen. Das war, äh, dann ein, das war mehr oder weniger ein Versehen. Ich hab's ein bisschen übertrieben. Ja, du weißt... Lass den Sascha doch mal erzählen, was er hier Tolles gebaut hat. Ja, erzähl doch mal, was für ein Mümmel. Du, du weißt ja, ich mag ja, äh, große Sachen bauen, also wie mein Stormwind, und deswegen hab ich ein bisschen übertrieben. Ähm, jetzt haben wir aber richtig viel Platz, ähm, Jochen kann zum Beispiel auch mal ein Haus bauen, wenn er, äh, sich das traut. Ich hab mir auch gedacht, dass Conny jetzt hier auch Platz hat, um sein Haus bauen. Ey, hier kannst du nicht ein Haus bauen, hier kannst du, kannst du Peru 1 zu 1 nachbauen, in Originalgröße. Sag mal. Ja, und, äh, die ganzen Fackeln sind hier übrigens, damit hier keine Monster im Camp spawnen, also die spawnen alle außerhalb. Aber ist doch viel lustiger, wenn die drin spawnen, oder nicht? Was ist? Oh, hier ist ne Truhe, sterb ich, wenn ich die an, Dinger war? Nein. Ich hab keine Fallen mehr. Lass doch mal den Katzen in die Ruhe. Okay, äh, das ist total schön, Sascha. Ich weiß. Und diese Blümchen, die du hier überall gesät hast, total schön. Nein. Wo wohnst du nochmal, in welcher Stadt? Also, warte mal, bevor ich das jetzt beantworte, die Blümchen, die waren vorher nicht da, das waren die Spieler auf dem Server, die haben gesagt, ohne Blümchen sieht das hier doof aus. Haben die gesagt, ohne Blümchen sieht das doof aus. Ja. Mhm, okay. Meine Katzen machen keinen Sitz mehr und ich komm aus Bremen, immer noch. Alter. Deine Katzen machen keinen Sitz mehr und du kommst aus Bremen? Ja. Ne, weil, die hat doch eben gefragt, woher ich komme. Ach so. Aber meine Katzen stehen jetzt rum und bewegen sich. Okay, Sascha, das ist total nett von dir, aber es ist grottoid-hässlich. Ey, ich komm mir vor wie, naja, also hier ist eine Riesenwand. Ja, die Wand ist, äh, beschützt dich. Du hast das eigentlich... Ja, das hat ein weiterer Ulbricht auch gesagt. Das ist total praktisch, ist das ja, ne? Oh Mann. Zu meiner Verteilung muss ich sagen, ich hab gefragt, ob ich's abreißen soll. Wem? Mich? Und er meinte, lass mal erst mal stehen. Ja, das ist richtig. Also, oh, hier sind Zombies. Alter, Vater. Das ist echt total schön. Wie lange hast du dafür gebraucht? Äh, warte, wann hab ich... Ich hab, glaub ich, Freitag oder Samstag gefragt gehabt und dann hab ich bis Montag oder so durchgebaut. Oder bis... Und was sind das hier für komische... Ich hab deine Katze erschlagen aus Versehen. Oh. Und was ist das hier für ein begradigter Fluss mit Fußballtor? Äh, ja, du kannst dich erinnern, hier war ja vorher der Fluss. Und ich dachte mir, der Fluss sollte da bleiben, aber der ist ja eigentlich ein bisschen tiefer, weil es ging ja vorher runter. Und deswegen hab ich den Fluss hier einfach nachgebaut. Ach so. Und der fließt da jetzt durch die Mauer durch. Du hast den Fluss nachgebaut. Ja. Sascha. Sascha. Merkste, ne? Ist irre. Ja. Merkste selber, ne? Merkste selber, ne? Ja, ja. Also reiß die Scheiße ab. Wir machen... Wir gehen angeln, du bist da... Die Scheiße wieder weg. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Da vergehen drei Minecraft-Sessions für. Ehrlich? Das mach ich dann offline. Nein, aber mach es irgendwie anders. Du hast es einfach eingemauert. Ja. Nein. Ah! Siehste? Kaum seid ihr draußen, stirbt ihr fast. Wir sterben nicht. Das ist alles... Das ist alles, du, Georg. Das war keine Absicht. Alles geplant. Brauchst du einen Helm? Ich bin zum ersten Mal in der Lage, dir was abgeben zu können. Du hast einen Helm? Hast du einen Diamanthelm? Ja, hat er doch noch vom letzten Mal. Jetzt gucke ich mir das Wunderwerk mal von außen an. Das ist aber schön. Und so... Achtung, da unten ist so ein Viech. Alter. Ich erschieße es mit dem Bogen. Meine... Warte, die Katze musste das Vieh eigentlich verjagen. Ja, oder? Du erschiehst es. Los, schieß nochmal drauf. Hast du nicht noch irgendwo eine Kiste mit Holzschwertern? Ich glaube, ich werde mal wieder ein Holzschwertern... Alter! Was hast du gemacht? Du lebst mal. Nichts, 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 nichts. Das ist zumindest schon mal ungewöhnlich. So. Auf der Mauer, auf der Lauf... Weißt du, wir haben uns so viel Mühe gegeben mit unserem Camp, Sascha. Also, das Camp ist ja noch vorhanden. Nur anders. Oh, oh. Gut. Wo ist denn jetzt das Schiff? Die Achterbahn ist das denn... Haben wir noch Spaß? Oder... Ja, die sind da... Wenn du jetzt gerade ausläufst, dann ist das alles noch... Kommt jemand mit? Ja, ich begleite dich. Ja, warte, ich werde gerade verschossen, beschossen. Von einem Skelett... Kann ich dir helfen, Georg? Das bezweifle ich, aber... Aber ich kann zumindest zugucken. Wie du sterbe, ja. Wenn wir wissen, wo er ist. An der Mauer. Die Mauer ist groß. Ich weiß, dass die Mauer groß ist. Man kann nicht vom Mond aus sehen, vermutlich. Ach, jetzt mach meine Katze Sitz. Das ist auch eine Bescheid-Katze. So, ich bin bei der Katze. Also fast. Ich auch. Meine Güte, was ist denn hier los, ey? Ach, du bist durch Löcher, Dernwee? So ein bisschen. Ich habe Pfeile abgekriegt. Steht hier. Miau. Übrigens kam das gar nicht gut an, Georg. Was denn? Mit der Massentierhaltung. Hast du die Kommentare letztens gelesen? Was für eine Massentierhaltung? Ach, habe ich auch gelesen. Du hast doch irgendwas über Fleisch und da war doch irgendwas. Sascha, wie war das noch gleich? Ich kriege es nicht mehr ganz zusammen. Ich kriege es wahrscheinlich auch nicht mehr ganz zusammen. Aber irgendwie war es doch, dass irgendwie eine Motte ist in Georgs Türschrank geflogen. Was Pfeile im Rücken. Und dann meinte Conny doch irgendwas, das kann ja nicht gut heißen. Und dann meinte Georg doch irgendwas, das kann ja nicht gut heißen. Und dann meinte Georg doch irgendwas, ah, willst du so ein Fleischfander, ich habe keine Ahnung. Ein Veganer. Damit kann ich sowas von gut leben. Ich würde nicht sagen, es ist mir scheißegal. Hier liegt eine Amaranth-Schnitte, habe ich mir heute gekauft, damit ich in dieser Folge mal über veganes Essen diskutieren kann. Hör mal, ich weiß noch, wie du aus Versehen beim Grillen die Tofu-Würstchen gekauft hast. Oh ja. Das war schrecklich. Nein. Okay. Also Veganer würden natürlich sagen, die schmecken jetzt super. Schmecken super. Natürlich. Also nicht, dass alle Veganer jetzt schreien, aber wir sind toller. Ich werde mir auf jeden Fall bis zur nächsten Folge nochmal den Kommentar durchlesen. Was heißt nochmal, aber erstmalig den Kommentar durchlesen. Und ich bin gespannt, was ist denn hier? Das ist mein altes Haus, das habt ihr schon mal bewundert. Haben wir das? Ja, da war diese Pfeilfalle vor. Nein, wir haben es nur uns angeguckt. Bewundert haben wir das kleine Haus nie. Ja, okay. Aber es ist immer noch schöner als dein Haus, Jochen. Das stimmt. Alles ist hier schöner als mein Haus. Das ist doch auch kein Haus. Aber ich habe hier eins gebaut. Das seht ihr hier vorne? Nein, das hast du nicht. Komm mal mit. Das ist nicht dein Haus. Aber vegan ist jetzt total in, ne? Alle möchten vegan leben. Ich nicht. Ich auch nicht. Alle außer Georg. Sag nicht, dass du vegan leben möchtest. Ich denke nur an die Tofu-Würstchen. Nein, ich auch nicht. Siehste. Bessen Haus ist denn das hier? Aber ich habe mir mal überlegt, ob man nicht mal so zwei Wochen Testphase machen sollte, damit man das besser beurteilen kann. Und deshalb habe ich heute Abend schon mal angefangen. Ich habe ein Amarant-Schnitte anstatt eine Tafel Schokolade gekauft. Okay, dann erklär mir mal bitte. Also ich würde mal sagen, maximal vor zwölf Stunden das letzte Mal irgendwas nicht-veganisches gegessen hast, oder? Erklär mir mal bitte, was ist so eine, diese Schnitte, die du da hast? Dann kann ich dir sagen, das steht hinten drauf. Also weißt du es selbst nicht so richtig. Honig, 48 Prozent. Dann ist Amarant gepufft, 38 Prozent. Was ist das eigentlich? Kein bestimmt sowas wie Amalgam oder so. Haselnüsse, ungeärtes Palmfett, Zimt aus ökologischer Landwirt. Kann Spuren von Gluten, anderen Nüssen, Mandeln, Milch, Soja und Sesam. Ich mache es mal eben auf. Also ich habe hier so eine schöne Sechser-Packung Beefy. Amarant? Amarant. Es schmeckt ein bisschen wie... Kennt ihr altes Popcorn? Ja. So ungefähr schmeckt das. Das klingt total verlockend, du. Also, das klingt viel besser. 100 Gramm Mini-Salami werden hergestellt aus 157 Gramm Schweine und Rindfleisch. Warte mal. 100 Gramm Mini-Salami wird aus 157 Gramm Schweine und Rindfleisch hergestellt. Okay. Guck mal, hier ist so ein Hühner. Ja, der Gewichtsverlust entsteht durch Wasserverlust. Ey, wo ist denn die Tür? Wovon? Welche Tür? Ja, so wie du reingekommen bist, kommst du... Aha, du bist über die Treppe reingekommen. Und wie komme ich wieder raus? Ich sammle Eier. Oh, ich habe kein Pei. Hier, vor dem Schwein, hier wo ich bin. Ja, da ist die Tür. Ach so, ich... Da ist... Aber eins muss ich ja sagen, diese Massentierhaltung finde ich auch nicht gut. Ne, ne? Ja, ohne Scheiß. Sollen wir das hier abreißen? Die Massentierhaltung. Dem Spieler, dem das gehört, ist übrigens online. Das händen sie, Mann. Ja. Könnt ihr mir aber sagen, dass euch das nicht gefällt, was der hier veranstaltet. Ja, weil das ist Massentierhaltung. Die haben ja noch Platz, die Schweine hier. Meinst du auch die ertrinkenden Hühner? Das sind Enten. Wenn die zu blöd sind zum Schwimmen, dann... Außer Kühe und Ponys in einem Stall, passt nicht. Ja, das stimmt schon. Beim ersten Mal sehe ich einen Pony im Spiel. Wollte ich ja sagen, gab es die schon immer? Ja, die gibt es ja im letzten Update. Gibt es die Pferde. Ich kann es ja auch reiten. Die musst du nur fangen. Ey, aber was hat der hier gebaut? Hier ist ein Hündchen. Wie kann ich das Hündchen anlocken? Oh, ich habe es schon. Nee, das ist sein Hund. Du kannst ihn nur füttern. Ja, aber dann kommt er gleich mit mir. Nee. Nein. Du musst einen Wolf füttern, damit er mit dir kommt. Also einen ohne Schal. Also ihr habt aber auch wieder gezaubert hier. Das war doch schon alles vorhanden, oder nicht? Dann war ich da noch nicht drin. Also dieses Amaranth-Klätzchen, ich kann nur sagen, köstlich. Georg. Wieso kann ich dich nicht mit Eiern bewerfen? Was soll das? Die verschwinden einfach und die fliegen nicht mehr durch die Gegend. Ich sehe auch keine Eier, also noch. Also das ist ja mal ein scheiß Bug. Was ist denn hier noch alles drin? Oh, Verbindungen verbrochen. Ah, der hat das Server abgestürzt. Das ist doch ein guter Zeitpunkt für einen Poisskin, oder? Ja. Das ist ja auch wieder zum Beispiel. Ich sehe. Wir wollen nochmal noch weiter. Und dann ist das so etwas hinterher, oder? und ja adesso wieder da. Vielen Dank.